Schön, wenn das mal anerkannt wird. Ich melde mich wieder. Ja, das wär nett. Ich weiß nicht, ob das nur ein einartiger Zufall ist oder noch etwas anderes. Der Officer sagt... Der Officer, Mr. Jace, ist ganz offensichtlich überfallen worden. Er starb durch einen Schlag auf den Hinterkopf. Wie? Ist ja möglich. Wieso? Wir haben gerade mit einem Mann gesprochen, der Chris um diese Zeit gesehen haben will. Hat die Polizei schon verstanden? An welchen Zeitpunkt ermordet wurde, an dem auch Chris verschwand, will mir ganz und gar nicht gefallen. Mir auch nicht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020